Moin, willkommen zu einem neuen Video aus dem O-Game-Universum La Certa. Diesmal haben wir die 64. Woche bzw. 12. und ein Jahr. Ich bin bei 873,5 Millionen ungefähr angekommen. Das ist der zweitbeste Monat, den ich bisher überhaupt hatte in diesem Universum. Und es ist auch die zweitbeste Woche überhaupt. Ich habe 46,6 Millionen Punkte innerhalb einer Woche gemacht. Was einfach daran lag, dass ich die Deutminen alle fertig auf 40 ausgebaut habe. Und seitdem die fertig sind, alles in die Lebensform Forschung reingesteckt habe. Die kommen gleich zurück. Kann ich gleich zeigen, wie immer noch die Expos verschickt werden wollen. So schaut das aus. Gehen wir mal auf den Großen zurück. Hier kann man das sehen. 378,5 Millionen. Alles gut. Passt soweit. Also, so sieht das aus. Hier haben wir die 40er Minen überall drin. Alles gut. Wie gesagt, eine ist höher halt. Das ist ja immer noch die 44er damals von dem Event. Das ist diese hier. Ansonsten überall 40 und 45,36. So. Das ist erstmal durch. Das heißt, in der Öko kommen jetzt erstmal keine Punkte mehr dazu. Ich werde aber dann hier in die Lebensform Forschung investieren. Das ist auch so gewollt. Das ist auch gut so. Weil da muss ich doch jede Menge nachholen. Das, was ich jetzt im Moment forsche, das sind hier. Das ist Slot 17, die Roboterassistenten, um die Forschungszeit zu verkürzen. Da ich sowieso auf die Menschen umbauen werde, irgendwann muss ich das sowieso ordentlich hoch machen, weil dann könnte ich nämlich bei dem Umbau auf die Menschen dann auch gleich den T1-Slot weglassen, den ich immer noch habe. So sieht das im Moment aus. Hier kann man sehen, 94,944% Zeitverkürzung. Das heißt, ich bin nahe dran an den 99%. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass hier da die 5% nochmal drin sind von dem Brunentechnologikum. Das ergibt dann insgesamt 40% plus die 54% von dem Forschungsbonus. So wird sie nicht bei 94%. Das passt schon so. Hier kann man das eben sehen, ganz rechts, wie gesagt, hier oben, die sind schon auf 11. Die anderen kommen jetzt alle nach und nach auf 11. Ich habe bloß ein Deut-Problem. Ich habe im Moment ein bisschen wenig Deut, dass ich das nicht direkt sofort ausbauen kann. Aber meine Flotte wird am Wochenende wieder geschrottet. Das heißt, ich habe da wieder ein bisschen Deut und auch andere Ressourcen, dass ich das vielleicht in den Angriff nehmen kann. Diese 12er hier, die werden jetzt im Moment erstmal nicht weiter ausgebaut werden, denn es reicht, wenn ich hier die auf 12 ausbaue. Dann sollte ich die 99% haben. Auch dieser eine 11er, der wird dann im Laufe des Umbaus auf die Menschen wegfallen. Also diese 12er und der 11er wird dann wahrscheinlich beim Umbau auf die Menschen, was irgendwann vielleicht im Sommer kommt oder sowas, wer weiß das schon, je nachdem, wie viele Artefakte ich habe, wie ich auch Bock habe, umzubauen, je nach Lust und Laune, dann eben wieder in Angriff genommen, um dann einen perfekten, sag ich mal, Account im Sinne der Lebensformforschung zu haben. Natürlich, wie ich schon häufiger erzählt hatte, wird der 16. Planet als Blaupause und Vorlage dienen, wie dann die anderen umgebaut werden. Das heißt, die werden alle gleich sein irgendwann, sodass dann da alles wieder in Ordnung ist. Auch wird wahrscheinlich dann hier die Energie wegfallen, wenn ich auf die Menschen umbaue, sodass sich hier noch eine ganze Menge ändern wird, was natürlich auch sowieso jede Menge Artefakte kosten wird. Aber wie gesagt, wenn ich dann Astro mache, dann wird der erste Planet so gebaut werden, wie ich das haben will, wie das dann wirklich für mich, für meinen Account, für meine Spielweise am effektivsten ist und dann richtig ist. Aber jetzt im Moment will ich erstmal die 99 haben, damit ich dann wiederum die anderen pushen kann. So, im Moment hat sich da nichts getan. Wie gesagt, ich habe jetzt erstmal die anderen Forschungen gemacht, dass ich die Forschungszeit verkürze auf 99 Prozent. Dann geht das hier natürlich wieder weiter, weil die hier auch natürlich in der Amortisationstabelle wieder ganz vorne stehen. Das ist so ganz klar. Das ist das Lobby. Jetzt kann ich euch zeigen, wie im Moment das immer noch mit den Expos läuft, wenn ich die verschicken möchte. Man kann neuerdings hier über 200 eingeben. Das soll jetzt ein Cap von 500 sein, habe ich gelesen im Discord von Infinity. Aber, also ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Bei mir zumindest. Somit gehen wir jetzt hier auf die Flotte. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, das ist die normale Expeditionsflotte, die sich normalerweise selber berechnen sollte. Das tut sie auch, aber nur, weil ich hier die Expo-Standardflotte mit reingenommen habe. Wenn ich diese hier lösche und diese 200 Prozent oben bei Infinity ändere, einstellt, nimmt er immer die kompletten Transen. Das ist, also es funktioniert immer noch nicht. Ich mache das jetzt über diese Standardflotte, weil er die automatisch wählt. Denn hier kann man sehen, dass es umrandet ist. Er nimmt einfach diese Flotte, die ich, je nachdem, wenn dann wieder eine Lebensform Expo-Bonus-Forschung fertig wird, wieder anpassen muss. Hier auf Bearbeiten, dann packe ich hier ein paar Transporter dazu, damit ich dann wieder den maximalen Fund kriegen kann. Aber im Moment geht das nicht anders. Leider. Aber für mich ist das in Ordnung, denn so oft passiert das ja auch nicht, dass ich da dauernd anpasse. Und wenn, da kann man ein paar 10 oder 20 dazu packen, dann hat man wieder ein paar Tage Ruhe. Also das wird nicht so häufig passieren. Wenn man das dann mal gemacht hat, kann man, wie gesagt, hier Auswahl, er nimmt jetzt die richtige Anzahl, mit Enter gedrückt halten. Dann geht er normalerweise durch. Ich halte Enter jetzt die ganze Zeit gedrückt. Er geht von Planet zu Planet, er springt einfach weiter. Das kann man, wie gesagt, ja auch bei Infinity einstellen, dass man eine Runde auf dem Planeten bleibt und dann springt man auf den nächsten. Das kann manchmal passieren, dieser schwarze Bildschirm, das macht aber nichts. Der geht dann weiter, Enter immer noch gedrückt und er springt von Planet zu Planet einfach von oben bis unten durch. Das ist das, was mir AGR nicht bringt. Das ist nicht die, also mit Infinity ist das die schnellste Variante, die ich bis jetzt so rausgefunden habe, dass das funktioniert. Mit AGR ist es ja nicht möglich, immer den Planet automatisch wechseln zu lassen. Das muss man mit O manuell auswählen oder eben mit der Maus den Planet wechseln. Jetzt sehe ich, das ist wieder so ein bisschen Black Screen, aber das macht nichts. Noch zwei, dann bin ich damit durch. Es kann mal passieren, dass er sich aufhängt und sagt, ja kein Flottenversand möglich oder falscher Auftrag ausgewählt oder irgendwie sowas. Das kann immer mal passieren. Jetzt, Vorführeffekt, bin ich bei 14 von 14 Expeditionen. Er hat das komplett durchgezogen. Alles super. Alles richtig gemacht. Überall die richtige Anzahl. Das heißt, das passt so. Das heißt, er hat diesmal alles richtig gemacht. Das ist aber nicht immer so. Gut. Okay. Wie geht es weiter? Highscore können wir uns auch nochmal angucken. Hier bin ich jetzt auf 20. Nur noch zwei Personen, ein blauer davon, stehen zwischen mir unter eine Milliarde Punkte. Das heißt, es geht auch da voran. Schönerweise ist Remus wieder zurück aus dem Urlaubsmodus, sodass wir uns da so ein bisschen kabbeln, wer als erster das schafft. Aber das sieht jetzt gut aus für mich, dass ich als erster aus der Allianz das schaffe. Aber, Quatsch, im Universum ist ein bisschen, sagen wir mal, ja, nenne ich Unruhe, aber, weil Unruhe kann es nicht geben, weil das Universum fast tot ist. Aber, SEK, Brainy hat gewechselt, beziehungsweise seine Allianz umbenannt. KSK und KSC gibt es nicht mehr. Hier sieht man, dass da so ein paar Leute ohne Allianz dastehen. Das heißt, wir werden wohl noch so zwei, drei Leute aufnehmen bei uns in der Allianz. Und Fleet Inc. haben wir auch gegründet als Flügel für die Fleeter. Das heißt, im Moment ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Unruhe, aber naja, es geht ein bisschen mehr los in der Universum. Es gibt auch Leute, die zurückgekommen sind, die aus Langzeit-Uma draußen sind, nachdem sie ihre Flotte verloren hatten oder weggeklickt haben oder gelöscht haben, wie auch immer. Das heißt also, man muss jetzt wieder ein bisschen mehr aufpassen. Das ist aber nicht so schlimm für mich, da ich eh alle zwei Wochen meine Flotte schrotte. Und wenn dann doch jemand meine Flotte mal erwischen sollte, ja, meine Güte, das Schlimmste sind dann die Transen, die dann fehlen und die Recycler. Alles andere ist eigentlich entbehrlich. Das heißt, die Flotte ist jetzt nicht so wild, die wird alle zwei Wochen weiterhin geschrottet. Alles gut und somit läuft das dann weiter. Jetzt wollten wir hier nochmal Ökonomie gucken. Da bin ich auch über die 400 drüber. 19, also diese, also ich weiß ganz genau, dass ich mit irgendeiner Deutmin über die 400 drüber kam. Auch diese 19 Millionen Punkte sind nur Deutminen. Was anderes habe ich nicht gebaut. Und somit bin ich jetzt hier schon recht weit vorne, was dort die Ökonomie angeht. Keine Ahnung, was die so für Minen haben. Deutminen werden sie sehr hoch haben. Aber ich denke, mit meinem Minenschnitt, was wir vorhin gesehen haben, bin ich jetzt nicht schlecht dabei. Natürlich gibt es immer noch bessere, ist ganz klar. Forschung hat sich nichts getan. 190 Millionen. Auch da wird sich in nächster Zeit wohl nicht so viel ändern, weil ich im Moment sowieso Ressourcenprobleme habe. Und eigentlich alles in die Lebensformforschung reinstecken werde. Deswegen auch, wenn denn am Wochenende meine Flotte wieder geschrottet wird, was ordentlich Ressourcenmittel gibt, geht das direkt in die Lebensformforschung für die Amortisationsliste. Beziehungsweise erstmal natürlich die Labore, die Roboterunterstützung ausbauen, dass das alles schneller geht, dass ich da auf die 24 komme. So, Militär hat sich nichts getan. Da bin ich wahrscheinlich, doch, wieder unter die 100 gerutscht, weil ich einfach so viel gesammelt habe. Bin jetzt bei 19. Davon, wie gesagt, die großen Transporter und die Recycler, die gehen natürlich nicht weg. Und deswegen wird da wieder was geändert werden. Lebensformforschung, ja, okay. Habe ich ein bisschen was gebaut. 252 Millionen jetzt da. Ich gucke gleich nochmal bei Infinity nach. Da kann man schön sehen, wie es unterteilt ist. Bei der Öko habe ich nichts geforscht. Warum auch? Ich habe jetzt T36 überall. Da muss ich nichts machen im Moment, weil ich da sowieso nichts investieren will. Also, weil ich ja auf die Menschen umbaue. Weil da muss ich die Öko sowieso wieder aufbauen. Natürlich hier bei den Technologien ein bisschen was dazugekommen. Das ist der einzige Wert, einzige Kategorie, wo ich jetzt nur noch Punkte machen werde in näherer Zukunft. Also, da geht jetzt alles rein. Um einfach wesentlich mehr aus den Expo-Flügen rauszubekommen und natürlich auch, um die Forschungszeit zu verkürzen, wie schon gesehen. Hier bin ich auch ein bisschen abgefallen, aber immer noch Top Ten, weil ich einfach keine fliege, weil ich keine brauche. Wir können nochmal ganz kurz gucken, hier in der Galaxie gucken. Weil ich habe jetzt ein paar offen. Das sind, ja gut, also 1400 irgendwie sowas. Das ist nicht viel. Und ich habe auch noch ein bisschen rumfliegen. Aber, wie gesagt, das ist erstmal nicht so wild. Ich habe hier noch 2200 rumfliegen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Denn die ersten Artefakte, die ich wieder wegballern werde, die ich benutzen werde, werden die sein, die ich für den 16. Planeten dann verwende. Weil der dann auf Menschen gebaut wird. Und dann brauche ich die natürlich, nachdem ich die ganze Menschenökonomie hochgezogen habe und so weiter. Ist schon ganz klar. Aber da werde ich den erst wieder brauchen. Und das auch, das wird wieder Planet für Planet sein. So, jetzt können wir hier nochmal kurz bei Infinity reingucken. So sieht das aus. 40,3, natürlich alle auf 40, 1 auf 45, ganz klar. 36,45. Ich produziere jetzt mehr Deut als Chris. Auch, ja, ich sage mal, Chris kann man eine Minute noch hochziehen. Aber sehr viel mehr wird das nicht sein. Alles andere wird dann in Met und Deut gehen. So schaut das im Moment aus. Hier die Punkte. 47 Prozent Ökonomie. Wie gesagt, das wird jetzt nicht steigen. Jetzt wird alles in Lebensform reingehen. Das heißt, ich werde irgendwann deutlich mehr als ein Drittel aller meiner Punkte in Lebensform haben. Die Flotte, wie gesagt, wird reduziert werden. Das gibt wieder ordentlich Ressourcen. Auch hier Chris ordentlich. Spios mit 376.000. Da wird alles geschrottet werden. Das heißt, die Ladekapazität von 70 Milliarden wird natürlich auch reduziert werden. Aber das wird nicht lange Bestand haben. Das wird, ja, auch finito sein. Ja, Entdeckung können wir noch kurz gucken. Hier ist nichts passiert. Und auch Expeditionen noch. Also heute, jetzt, bis um diese Zeit, bin ich bei 1,107 Flügen bei 1,7 Milliarden Ress. Ja, also insgesamt alles zusammengerechnet. Gestern war ein schöner Tag hier mit 3,59. Das war ganz gut. Über 2 Milliarden Metallen eingefahren. Das ist ein guter Tag. Hier, da sind wir bei 1,9. Hier 1,7. Also 2 Milliarden ist schon gut. Aber gestern, ne, ach hier. Da, vorgestern 700 Millionen Chris. Das war schon richtig gut. Also dann Chris. Hier heute bisher 500. Deut brauche ich im Moment ja am meisten. Ja, da muss ich halt eben entweder irgendwann, wenn ich so viel Met habe, dass ich dann Deut einkaufen kann. Dann mal wieder ein bisschen einkaufen. Aber auch da muss ich bei meinem, ich sage jetzt mal Hauptplaneten, meine Lager einfach erhöhen. Ne, weil die Lager sind immer noch nicht astrofertig. Ne, das heißt, hier Deut 2, hier den 1 auf jeden Fall erhöhen. Das ist jetzt, äh, ja, wirklich, nicht wirklich doll. Ne, also da muss ich noch ein bisschen erhöhen. Was kriege ich hier rein? 2,5. Ja, das ist, äh, zu gering. Also da muss ich mal gucken, äh, dass ich da auch das mal erhöhe. Ist natürlich ganz ordentlich, ähm, Ressourcen. Könnte ich jetzt aber so mal mal bauen. Das ist ja ganz geil. Warte mal. Eine Milliarde, eine Milliarde. Was kostet der hier? Das sind, glaube ich, 2,1, ne? Ja. Aber ich brauche ja Deut demnächst. Deswegen gebe ich dir noch gleich mal ein Bau, wenn ich denn hier da vom, an die Warte mal machen wir das. Ja, das kann ich auch zeigen. Hier, das ist jetzt wieder, funktioniert das. Man schickt jetzt nicht mehr zu viel rüber. Achso, hä, ich bin auf dem falschen Planeten. Ja, dann ist das Quatsch. Dann ist das Quatsch. Muss ich nachher hier rüber schippern und dann kann ich das da, ähm, verbauen. Gut. Also. So sieht das aus. Die Nachrichten waren jetzt alles von der Expo. Wir können da mal reingucken, was da so die Expos mir gegeben haben. So. Auch das ist der Tracker. Das ist jetzt nicht wirklich doll gewesen. Gab wieder ein paar, ja, Flottenfunde und ein bisschen Kristall und Deut. Also nicht wirklich super. Aber die nächsten 14 fliegen ja schon. Na? Gut. Okay. Das war's dann erstmal soweit für diese Woche. Und dann bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.